Wir sind heute bei unserem Frühstücksbuffet. Hier hat sich einiges verändert mit dem großen Schlagwort unverpackt. Wir haben zum Beispiel unsere Nuss-Nougat-Creme in Gläschen abgefüllt, unsere Müslis füllen wir ab, Joghurts, Margarine, Butter wird alles in kleine Glasportionen abgefüllt, um einfach die Verpackungsmittel zu reduzieren. Wir haben unser ganzes Sortiment durch Corona umgekrempelt. Das bedeutet, wir sind auf weniger Produkte gegangen. Dafür sind die Produkte um einiges hochwertiger. Wir kaufen bio-zertifizierten Lieferanten ein und wir haben auch versucht, alle Richtungen ein bisschen abzudecken, zum Beispiel Intoleranzen vom Essen, Gluten, Laktose einfach mit zu berücksichtigen. So kochen wir zum Beispiel unseren Porridge mit Hafermilch und mit Haferflocken, sodass er eigentlich für alle verträglich sein sollte. Ansonsten gibt es eine schöne Auswahl. Ich denke, jeder findet was und wir haben uns da ziemlich angestrengt und ich glaube, wir haben eine gute Leutung gefunden. Bis zum nächsten Mal.